Und wenn man dann sieht, wie es den Leuten besser geht und dann vielleicht sogar auch noch die Rückmeldung bekommt, das ist das, was am Ende eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit schafft. Hallo und herzlich willkommen bei Freiwillig Busy, dem Podcast übers Ehrenamt. Mein Name ist Luisa Laudatsche und ich bin für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unterwegs. Heute darf ich Luna von der Johanniter Unfallhilfe und Stella vom Deutschen Roten Kreuz begrüßen. Egal was du kannst, du kannst helfen. Stella, du arbeitest ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz. Würdest du sagen, dass bei euch beim DRK auch jeder Mensch eine Aufgabe findet? Es gibt verschiedene Fachbereiche, auch wenn man jetzt nicht im Bereich Sanität sein möchte, kann, wie auch immer. Man hat ja trotzdem die Möglichkeit, auch beim Kreisauskunftsbüro oder bei der psychosozialen Notversorgung damit tätig zu sein. Also es gibt für jeden irgendwo etwas, auf jeden Fall, wo er aktiv sein kann. Dazu möchte ich direkt was ergänzen und zwar sehe ich das zum Beispiel bei uns auch so. Auch in der Sanitätsgruppe haben wir Menschen mit vielen verschiedenen Einschränkungen. Also bei mir selber liegt ja zum Beispiel eine Borderline-Persönlichkeitsstörung vor und eine Depression und das ist so. Deswegen habe ich halt diese psychischen Einschränkungen, die mich im Alltag belasten. Wir haben aber auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen, die bei uns in der Sanitätsgruppe auch tätig sind. Weil in so einer Sanitätsgruppe auch nicht nur Aufgaben gefordert sind, wie die Patientenbetreuung selbst, sondern es muss ja auch dokumentiert werden. Da steckt ein bisschen Logistik dahinter und so weiter. Und da ist es auch so, dass bei uns im Ortsverband sich Menschen mit verschiedensten Einschränkungen und verschiedensten Behinderungen einbringen können und auch aktiv einbringen. Und davon profitiert das Team ganz stark. Ihr trefft auch Menschen, die sich in sehr brenzligen Situationen befinden und alles andere als eine einfache Zeit haben wahrscheinlich. Wie fühlt es sich denn an, aktiv dazu beitragen zu können, dass es ihnen besser geht? Ja, man erkennt auf jeden Fall vom Handeln direkt das Ergebnis. Dadurch, dass man dann in diesen extremen Situationen genau weiß, wofür das ist, das gibt einem natürlich ein gutes Gefühl. Ich selber empfinde da meistens eine sehr, sehr tiefe Dankbarkeit und Zufriedenheit darüber, dass wir, also mein Team und ich, jetzt genau an dem Ort sind, wo wir helfen können. Und helfen können, dass es den Leuten besser geht, dass die Leute Hoffnung schöpfen und dass die Leute nicht verzweifeln. Das Unglück, die Katastrophe, die ist passiert. Da sind wir nicht für verantwortlich. Das Wasser, was da kommt oder der Brand oder der Unfall. Das ist alles schon passiert. Das heißt, dieses Leid ist eh schon da. Das wissen wir. Wir wissen aber, dass wir dafür ausgebildet sind, zu helfen. Und das können wir. Und wenn man dann sieht, wie es den Leuten besser geht und dann vielleicht sogar auch noch die Rückmeldung bekommt, Und das ist das, was am Ende eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit schafft. Und das ist auch das, was ich dann immer aus einem Einsatz mit nach Hause nehme. Wenn man das dann doch mal weiter mit sich tragen sollte oder auch erst verspätet merkt, dass einen das dann doch irgendwo belastet, kann man immer noch mit jedem reden. Genau das, was du sagst, finde ich, ist ein super Punkt und ist auch der Punkt, weswegen ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich jetzt hier heute sitzen darf. Weil das ja auch genau der Punkt ist bei mir mit der psychischen Erkrankung. Es ist ja so, für mich ist diese Erkrankung selber eine Behinderung. Und ich treffe ja dann oft auf das Vorurschein, dass eben diese Belastung, was du gesagt hast, dass das für mich ja dann besonders schwer sein kann. Aber genau das ist, wo ich sage, wir können auch im Ehrenamt von Menschen mit einer psychischen Behinderung profitieren, weil die Behinderung selber zwar kein Benefit ist, ich aber ja den Umgang mit dieser Behinderung gelernt habe und jeden Tag anwenden muss. Diese Erfahrung, die man damit gesammelt hat, was Achtsamkeit betrifft, was das Abgrenzen betrifft, was den Umgang mit Gefühlen betrifft und mit Ereignissen und Erlebnissen betrifft, dass gerade das man dann einfach, weil man das sozusagen eh schon machen musste, also man hat quasi die Therapie schon vor dem Unfall gemacht. Und das ist was, wo ich dann die Erfahrung gemacht habe, dass das was ist, wo dann auch meine Kollegen und Patienten sehr davon profitieren können. Ich höre daraus, dass einfach da zu sein und zuzuhören einfach auch schon viel wert ist, oder? Ich würde mal behaupten, das macht einen Großteil auch der Einsätze mit aus. Also man hilft natürlich aktiv vor Ort, man probiert Pflaster zu kleben oder sowas dabei zu machen, aber vieles ist einfach dieser Patientenumgang, Menschenumgang untereinander. Dann wird ein Pflaster auch plötzlich ein Pflaster für die Seele, denke ich. Ja, das hast du schön gesagt.